Hallo und willkommen zu dieser Folge, wir zeigen heute MCSG auf den MCSG Server, also wir zeigen nicht MCSG, wir zeigen SG auf den MCSG Server und ich habe mir heute gedacht, ich nehme euch mal mit, wenn ich UAC, SG, Quick Survival Games, 1s1 auf Badline und so weiter und so fort und auf diesen MCSG, also auf den englischen Server und SG halt und so weiter, auf die guten Badserver, wo die richtig krass in PvP sind, ich nehme euch mit und mal gucken, das kann ein langes Video werden, ich werde alles zurecht schneiden und ich schneide alles zurecht und hoffe, also ich bin wie gesagt, ich finde es selber, ich bin nicht der beste PvP oder Angelpvvv oder Heilpvv generell, manche Leute sagen, ich bin mega gut, aber finde ich nicht selber Und darum werde ich mich probieren heute zu verbessern und das länger machen, als ich schreibe es mit mir auf jeden Tag einfach mal dafür haben wollte. Das wäre jetzt, ich werde jetzt nicht mehr reden, ich zocke jetzt. Let's go! Ich werde jetzt nicht mehr reden, ich werde jetzt nicht mehr reden. Ich werde jetzt nicht mehr reden, ich werde jetzt nicht mehr reden. Ich werde jetzt nicht mehr reden, ich werde jetzt nicht mehr reden, ich werde jetzt nicht mehr reden. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.